Ne, dann möchte ich zuerst den optionalen Weg da hinten gehen. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von optionalen Wegen. Also nochmal das ganze Stück zurücklatschen. Ich habe jetzt die, ähm, das Custom Content bzw. den Downloadinhalt, den habe ich jetzt gelöscht. Also, ich habe das, die Textdatei wieder umgeändert. Habe jetzt geguckt. Problem dabei ist, die Sachen sind immer noch da. Das heißt, ich habe immer noch die ganzen Waffen, die ich hier eigentlich überhaupt nicht haben möchte. Und da das so ist, werde ich am Wochenende, also es sind ja auch alle geupgradet, finde ich recht blöd. Ähm, und da es so ist, werde ich, werde ich die, äh, den Spielstand am Wochenende nochmal nachstellen. Und gut, dass wir nochmal hier reingegangen sind, sonst hätten wir die Erinnerung verpasst. Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist genau wie Gibraltar, immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen. Falls es nötig ist. Ja. Tja. Ich hoffe, es laggt nicht so wie letztes Mal. Da ist ja, äh, da ich ja nebenbei noch hochlade, die Folge hoch für morgen, da ich ja morgen den ganzen Tag nicht da bin. Die schaltet sich dann automatisch frei. Und ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass es jetzt nicht zu sehr Belastung ist und so. Aber mein Computer dürfte das eigentlich aushalten. So, und ich probiere auch jetzt, mein Mikro mal etwas weiter wegzustellen. Also, weiter weg zu bewegen. Ich höre eine Schweineschnurze. Da ich das letztens nicht gemacht habe und ich euch dermaßen zu geblökt habe und auch zu geatmet. Also, man hat es richtig gehört, fand ich richtig doof. Und ich hoffe, dass ich das jetzt beheben kann. Und auf jeden Fall ist das super, weil wir jetzt schon wieder irgendwas finden. Das geht hier irgendwie ratzfatz. Ein Schüsseloch. Was da wohl drin ist? Alice war viel allein. Ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll war, zu alt, um Spielkameradin zu sein. Also, dann ist Alice so ein bisschen wie ich. Ich bin auch sehr introvertiert. Aber es würde auch zu ihrem Charakter passen. Und dann schätze ich mal, ist das noch schwerer zu verkraften, dass sie jetzt keine Familie mehr hat. Ich meine, wenn du nicht sehr viele Freunde hast, sehr introvertiert bist. Und dann nimmt man dir noch die Personen, an die du dich gewöhnt hast und die du am meisten kennst und liebst. Das ist schon unheimlich heftig. Oh, das klingt nach Gegner. Gegner. Augenpott. Sieht nicht sehr, sehr, sehr nett. Oh, oh Gott. Das war gut ausgleichen. Also, das mit dem Ausweichen klappt es langsam besser. Oh, das war nicht ausweichen. Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren. So. Äh, nein, ich möchte... Oh Gott. Ich sollte vielleicht von fern anfangen. Ah, Moment. Okay, das klappte schon mal. Und hier rollt das Auge. Wie cool ist das denn? Und neue Gegner. Ähm, hier haben wir aber sonst nichts. Dann möchte ich die... Oh, die spucken Tee. Ach du Scheiße. Ich möchte die Gegner gerne so anlösen und von hier töten. So, einmal Pfeffer. Pfeffer ins Auge muss schon wehtun. Klappt. Und jetzt ist da unten. Obwohl da unten steht nicht wirklich viel rum. Da gehe ich dann lieber doch mal ganz hier runter und schütte gleich den mit. Ich habe dann auch wieder Rosen. Oh Gott. Und von hier scheinen die nicht Tee zu spucken. Und einmal bitte an sie. Und dann kann ich wieder... Ja, so schlimm war das doch gar nicht. Ging ja beinahe wie am Schnürchen. Aber ich kann da jetzt... Scheiße, nicht mehr hoch. Ich denke mal, da war auch nichts. Ich meine, was soll da auch noch gewesen sein? Äh, ja genau. Gehe einfach mal da lang. Ne, von wo muss ich jetzt? Was? Das steht da oben noch. Zucker. Gegner. Autoreifen. Ich weiß nicht. Und da oben scheint es irgendwie lang zu gehen. Da möchte ich auch gerne nochmal... Nee, ich drunter fange. Nochmal gerne gucken. Ah, ich bin jetzt schon überfordert mit den ganzen Wegen. Wird denn das dann später? Weil man auch immer zuerst... Oh Gott. Man möchte immer zuerst die... Die... Die Geheimpfade finden. Und... Ist dann auch ein bisschen verärgert, wenn man zuerst den genommen hat, den man nicht nehmen wollte, weil er der Richtige war. So, dann einfach nochmal den teffern. Dann aus dem komischen Anvisiermodus rausgehen. Und... Wir können jetzt ins Fundbüro gehen. Aber zuerst möchte ich mich noch etwas umgucken. Also hier scheint es nicht reinzugehen. Achso, wenn die Aufnahme jetzt zu sehr laggt, mache ich dann auch kurz Pause und stoppe das Hochladen kurz. Damit es dann hier nicht zu sehr rumschlamenzelt. Achso, hier können wir gar nicht lang. Man kann hier nur gucken. Tassen in der Luft. Fände ich unheimlich cool, die Landschaft. Ach, und hier ist auch schon so ein Pfeil mit... Da lang. Huch. Dann einmal bitte hier lang ins Fundbüro. Und wir können die Katze rufen. Klingt mir eher nach einer Drohung. Achso, und wenn wir jetzt runtergehen... Achso, das braucht... Okay, dann haben wir ja unendlich viel Zeit. Scheinbar. Ich gehe dann einfach mal da drauf. So, wie komme ich da jetzt hoch? Achso, super. Kann man sich hier vielleicht ertrücken lassen. Geht also nicht. War jetzt ein sehr wissenschaftliches Experiment. Aber hier irgendwo reingehen können wir jetzt leider nicht mehr. Und ich würde sagen, wir gehen dann hier lang. Und an der Wand steht Hutmacher da lang. Ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt zu dem Hutmacher gehen möchte. Und ich weiß auch gar nicht, ob der so nett ist, wie Alice das jetzt vielleicht hofft. Ich finde die Landschaft hier auch übelst cool, dass es so aussieht, als wäre das hier in Ruhe oder so. Moment, warum schwebt da... Ah, okay, da will ich natürlich gleich hin. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich durch den Weg, der auch der einzigste ist, der funktioniert. Ach, okay, da lang scheinbar. Warum kann ich hier jetzt nicht durchgehen? Gehen wir halt außen rum. Auch kein Problem. Oh, schon wieder zwei Richtungen. Da geht es... Achso, na gut. So viel zum Thema zwei Richtungen. Oh, die bewegen sich auch noch. Und dann sind es so viele. Naja, wollen wir mal gucken, ob wir das nicht vielleicht hinkriegen. Hey, sah auf jeden Fall authentisch aus. Okay, dann einmal hier hoch. Immer den Zehen hinterher. Ach, und da oben ist eine Flasche. Oh, in Ordnung. Aber ich hätte es jetzt auch allein für die Zehnchen gemacht. Ich meine, es sind ja nicht gerade wenig. Oh, ich freue mich schon, wenn ich am Wochenende das alles nachstellen darf. Hui. Also, das war jetzt natürlich Ironie. Ich freue mich natürlich nicht. Ähm. Weil ich ja dann auch im Prinzip die ganzen... Die ganzen... Ach, das geht zu. Ah. Ich muss die ganzen Erinnerungen nochmal suchen, alle. Ah, und jetzt sind wir hier wieder oben. Also, ich muss die Erinnerungen nochmal alle suchen. Da ich ja... Da am Ende, wenn man alle gefunden hat... Ne, warum nicht? Wenn man alle Flaschen gefunden hat, glaube ich, bekommt man Bonus-Inhalte. Kann das sein? Hui, wir dürfen wieder rutschen. Das ist ja cool. Wie hinten Abfall rein. So, und jetzt dürften wir auch eigentlich erst die Uhrwerkbomben befinden, die ich ja aus Versehen schon mehrmals gefunden habe, hier. Äh, mehrmals verwendet habe. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die schwache Struktur zu zerstören. Drücke Kuh, um die Uhrwerkbombe zu werfen. Drücken wir mal Kuh. Dann haben wir die Uhrwerkbombe. Drücke Kuh, um die Uhrwerkbombe zu zünden. Ah, in Ordnung. Aber das geht mit dem Messer dann doch irgendwie schneller. Ah, vielleicht können wir sie ja noch gefauchen. Oh, ich dachte schon, das geht gerade nicht aus irgendeinem ominösen Grund. So. Ähm, was ist das denn bitte für ein Zeichen? Äh, Pfeil, Alice, Verrückt, weiß ich nicht. Uhrwerkbombe da platzieren. Erinnerung. Okay, Erinnerung klingt schon mal gut. Und das mit der Uhrwerkbombe klappt also auch. So, einmal hier hoch, bitte. Und hier auch noch einmal die Uhrwerkbombe zünden. Und hier darf doch jetzt bestimmt irgendeine Erinnerung sein. Ein Springpilz ist hier auf jeden Fall. Darf ich da runterfallen? Ach, ich glaube, dann bin ich einfach nur unten. Hutmacher, Springpilz. Super. Und einen weiteren Schritt in das Fundbüro. Die Landschaft ist auch echt sehr geil und detailliert. Was ich auch übelst cool finde, ist dieses... Dass die Struktur hier rausragt. Was mir aber noch ein bisschen besser gefallen würde, wenn der Boden nicht so eben wäre. Ich meine, eigentlich ist er ja nicht eben, wenn man sich das mal genau anguckt. Und hier wurde dabei sehr eben gezeichnet. Kann ich das vielleicht mit der Uhrwerkbombe... Ist... Ne. Nochmal. Das scheint nicht zu klappen. Da muss ich wahrscheinlich dann noch einen Geheimweg finden. Ah, hier unten geht es scheinbar lang. Ah, da ist auch schon ein Schlüsselloch. Ich denke mal, dass das zu dem gehört. Und hier geht es nicht mehr weiter. Also dann einmal durchs Schlüsselloch. Da habe ich auch schon Uhrwerkbombe gesehen. Wurz bräuchte denn da bitte die Uhrwerkbombe? Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und... Puff! Werden aus Fleisch und Blut, Rauch und Asche. Ah, also hatten sie schon mal den Gedanken dafür genutzt, dass sie vielleicht doch verbrennen könnten? Ähm... Lidl. Sie heißt doch Alice Lidl. Oh, da will ich nicht durch, Alice. Nein, da möchte ich ganz und gar nicht durch. Ne. Naja, probier es einfach. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Ein Schlüssel. In Ordnung. Wir wissen jetzt also, dass Feuer entstand zu 99% in der Bibliothek. Und dürfen gegen weitere Verfälle ankämpfen. Wir haben ja gerade eine Erinnerung gesammelt. Ich denke mal, dass jetzt deswegen die... Was? Das konnte ich nicht lesen. Ach, bei Enter in Hysterie verfangen. Das ist ja cool. Und die Totenkopfschleife. Boah, da gehen die aber schnell tot. Und dann ist die Hysterie vorbei. Ich konnte das jetzt gerade nicht lesen. Ach, jetzt ist sie vorbei. Also, die ist leider nur zeitgeflügt grenzt. Und hier lagt es auch gerade voll wieder. Ach, da sind noch zwei. In Ordnung. Dann pülpere die dann einfach auch nochmal. Kann ich die jetzt anvisieren? Ja. Ja. Also, wir wissen jetzt, dass das Feuer direkt in der Bibliothek wahrscheinlich entstand. Hier möchte ich lieber nicht runterspringen. Und da wir jetzt gerade eine Erinnerung gesammelt haben, kommen jetzt wieder viele Verfälle, die versuchen, diese wieder zu zerstören. Würde ich jetzt einfach mal so vage behaupten, dass das so seine Richtigkeit haben könnte. Und da hat sich irgendwas aufgetan. Da möchte ich auch natürlich gleich hin. Und zwar genau jetzt. Aktiviere den Zielmodus, indem du T drückst. Schieße auf den Schalter, wenn er rot und inaktiv ist. Wird er grün, ist er aktiviert. In Ordnung. Also T für den Zielmodus. Dann können wir da drauf zielen und... Es also... Ah, so einfach ist das. Und einmal hier drauf. Und sonst haben wir hier nichts mehr. Nein. Wutmachernacht. Gutmachernacht. Und da... In... Ach so, das ist der Wutmacher. Böder Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme Gute Nacht. Hutmacher. Ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen, aber... Fehlt mir fehlen kaum. Was passiert ist? Solltest du besser wissen als ich, das ist immerhin dein Platz. Meinen Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Ach, das ist los. Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch runter den schlunternd an die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensuppe richtig Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam. Das Licht grell. Der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nicht so ungut. Und das Ärgste. Ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den resterledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Ah, das ist also der Hutmacher. Ah, das ist also der Hutmacher. Ah, das ist also der Hutmacher. Ich habe die Ruhmacher. Bist du mir auf den Weg? Ich habe die Ruhmacher.